Wir bleiben in Saudi-Arabien und auch bei Cristiano Ronaldo. Der wurde ja in der Vergangenheit des Öfteren schon mit Messi-Sprechchören verpönt. Und jetzt hat sich der Liga-Boss dazu geäußert und will gegen die Messi-Fans vorgehen. Die Fans, die Ronaldo, der so ein Botschafter unserer Liga ist, ständig ausruhen und Messi, Messi rufen, die sollten ein Disziplinarverfahren bekommen.